Wer will eine Wasserwaage, die eine Vielzahl von Messproblemen löst? Bis jetzt war eine Wasserwaage für einen Job entweder zu lang oder zu kurz. Man musste eine Vielzahl von Längen mitnehmen, um unterschiedliche Bauelemente passend auszumessen. Stabila hat jetzt die Wasserwaage neu gedacht und lässt sie nun über ihre eigene Größe hinauswachsen. Warum? Um genau an den Stellen zu messen, wo andere Wasserwagen nicht passen. Weil die 80T sich exakt auf die benötigte Länge einstellen lässt. Praktisch, oder? Die ausziehbare Wasserwaage Type 80T von Stabila. Immer mit der passenden Länge messen. Stabila. So messen echte Profis. Stabila. So messen echte Barnabas법.